Sie sprechen mit keinem Menschen außer dem nächsten Angehörigen, mit keinem Freund, keinem Nachbarn, keiner Geliebten. Unsere Gegner heißen Fox News, CNN und so weiter. Wir müssen schneller sein. Vermeiden Sie Körperkontakt. Wenn Sie meinen, Sie müssten jemand Ihre tröstende Schulter anbieten. Lassen Sie es. Ich biete niemandem meine tröstende Schulter an, Sir. Nein! Sind Sie Mrs. Peterson? Wie ist das passiert? Er wurde gestern im Kampf getötet. Die genauen Umstände kennen wir noch nicht mehr. Danke, vielen Dank. Ich weiß, das ist sicher nicht leicht für Sie. Auf Wiedersehen. Wir tauchen plötzlich im Leben dieser Leute auf, obwohl wir nichts von ihnen wissen. Glauben Sie mir, das wollen Sie auch nicht. Das sind einfach Menschen. Ganz normale Leute. Die sind nicht wie Sie. Nun machen Sie schon auf! Sie sind in der Armee! Das weiß ich. Ich habe mein Blut vergossen. Ich habe gekämpft! Kann ich irgendwie helfen? Wir wollten uns gerade eine Pizza bestellen. Du bist doch mein Kumpel. Wir waren zusammen in der Hölle. Was ist denn mit euch los? Keine Sorge. Wir machen nur unsere eigenen Stunts. Auf manches ist man einfach nicht vorbereitet. Auf manches ist man einfach nicht vorbereitet. Aber jetzt sehe ich sie. Aber jetzt sehe ich sie. dich halt bei euch. Klar? Ich habe Glory. Woher war? Vielen Dank.